Ja, fein, dass das heute gelungen ist, gell? Ja, Freitag. Seid ihr immer ins Joch reingefahren? Nein, nein, nein. Eben, sonst waren noch die Lane gekämmen. Ja, wieso? Hoi, hier ist dich. Ja, hoi. Ihr seht, wir haben eine Freie da. Der Thomas und der Tobias haben mich gerade besucht. Die kommen von Basaya. Ich glaube, du sollst auch ein Leben voll Freude mit Spaß. Und mir scheint, wahrscheinlich brennt dein Herz auch für ein Leben voller Kraft. Wir wollen, glaube ich, alle ein Leben mit Kraft und mit Freude, die nie aufhört. Und wir wissen, wo du die Stärke und die Freude findest. Deswegen brenn mit uns, such mit uns und find mit uns. Kommst zum Event Burning Heart, liebe junge Leute und Junggebliebene. Beten wir miteinander, singen wir miteinander aus Freude zum Glauben. Mit eng, junge Leute und für eng, Jugendliche. Am Freitag, 28. Juni, ab 19 Uhr. In St. Martin, in Basaya, bin Dorfhaus.